Ja, also unterschreibst du hier nochmal, bitte danke. Und zum Dank gibt's auch was gratis, obwohl im Leben ja nie was umsonst ist. S-Bahnplan und ein paar Pfefferminz-Drops von der letzten Weihnachtsfeier. Willkommen in der Hauptstadt. Horst hat hier eine Leitungsfunktion inne und sieht auch ganz genau so aus. Sexismus sichtbar machen durch Humor. Gay supporting you local, wir sind ein Zins immer okay. Aufgezwungene Küsse zur Begrüßung, aufgenötigte Küsse zum Abschied, aufgedrängter Beischlaf zur Instandhaltung prekärer Arbeitsverhältnisse. Und jetzt bitte alle lächeln für das Werbebanner. In letzter Zeit hab ich so eine Wut, dass ich die ganze Zeit loskotzen könnte. Aber wenn man die ganze Zeit loskotzt, ist man ja auch wieder so weiblich schwierig. Ufff und Move Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017